Das ist ein Ergebnis, das ist unsere Verantwortung, liegt in unserer Verantwortung. Die erste Halbzeit haben wir komplett kontrolliert, wir haben auch ein paar Torschossen kreiert. Wir gehen dann in Führung durch ein Standard-Tor. Also wir haben jetzt nicht die spektakulärste erste Halbzeit gemacht, aber es war genug, um zu führen. Das haben wir auch gemacht. In der zweiten Halbzeit war das dann alles anders, wir hatten keine Qualität gezeigt, Wahl zu halten. Wir haben das Spiel nicht im Griff mehr gehabt und da haben wir zwei Punkte verloren in einer Standardsituation. Heute war so ein Spiel, wo wir gewinnen müssen. Das war ein Gegner, ich habe keinen Gegner gesehen, der jetzt eine große Hürde war für uns. Das müssten drei Punkte heute her. Ja, in so ein Spiel, wo du führst, musst du halt ruhiger bleiben, du musst Selbstvertrauen haben und du musst dann das Ding bis zum Schluss fahren und das dann 2-0 machen. Das ist das Wichtige. Das war mein Punkt, dass es uns ein großer, sehr guter, sehr guter Personalität war. Also er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, er hat Persönlichkeit gezeigt, er hat auch Selbstvertrauen gezeigt. Ich kann mich an keinen Fehler von ihm erinnern und er hat sehr viel Potenzial und wir müssen uns auch auf diesem NNZ konzentrieren, weil wir haben sehr gute Spiele hinter ihm. Wir haben unsere Kremia, unsere Jungs, weil sie Qualität haben. Ich kann michnsäle, unsere Jungs, weil siegeben, wir können uns auch auf dieser Phase haben. Nein, 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 nein! Ich kann mich, für dich, auch Engage haben, wir machen, wir müssen uns auch auf dieserichaam. Bis zum nächsten Mal.